hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und ich würde sagen wir legen direkt los viel spaß beim video wo ist das laut still ihr kinder der götter hört meine geschichte über den anfang der zeit alles war dunkel es gab keinen sand und es gab kein meer keine erde und keinen himmel kein graf hängt schon mal geil an bis das feuer auf eis traf im weiten nichts und aus diesem schrei entstand der riese die mir dann kann ich doch die welt in der ihr lebt was ist hell ich damit ich hoffe das geht von der lautstärke nach dem mikro es ist ein er war ich nicht er ist nie abgesoffen Volker 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 wir tanzen einander Volker 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 da bist du ja kleine Dringer hast du unseren König gesehen ja gut komm Ava hast du den Reif ja und nun zu unserem kleinen Plan wenn du uns sprechen siehst sei leise wie eine Maus dann überrasch ihn mit dem Geschenk du hältst es hin etwa so siehst ihm in die Augen und sagst König Dürbjörn mögen unsere Knarns ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe das wirkt nur den Attentat aber sowas von heute Nacht wirst du das Band sein das in unsere Völker meint ich bin so stolz auf dich Ava komm hoch Olaf bleib wach mein Freund oh ich kann tanzen wie schön so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben jawohl Volker 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 wir tanzen einander Volker 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 vielleicht auch ne ich schlug ab die Köpfe der freundlosen Junde ich stand von ohne Strunk und schnitt ab die langen Strunkigen Batel der Trollkönige du hast nichts zu trinken na komm ich bringe dir was ich hab ein Geschenk für deinen Vater ein schönes Stück das muss zwei große Landschiffe wert sein gib es her ich gebe es ihm mein Vater bat mich Sigurd wie du willst aber dann bekommst du kein Med ich bin auch kein wir aber ich bin grad mal neun vielleicht natürlich machen wir einfach als alle den gleichen Tanz was hab ich da jetzt angeschaltet ich kann mich nicht mehr bewegen ich muss zum Thema ja das ist mein Vater wieder die Nordweger nicht Norwegen die Nordweger perfekt gute Idee das machen wir gleich morgen früh bei Tagesanbruch jetzt geh überbring das Geschenk das kann ja nicht gut ausgehen irgendeinen Scheiß baut der gleiche Kerne Evo Evo warte Skol auf Stürbjörn den wahren König von Rüdjafilki heute Nacht werden wir alle neu geboren Skol Evo Evo komm Herr mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe danke Evo jetzt und für immer gehört mein Schwert dir hör zu wie laut ein König singt vom Wellenross mein Lied erklingt weil Odin's mit uns Stärke bringt ein Krieger fällt bei Kyria ein Krieger fällt bei Kyria nach Fallhalde der Helden nach Fallhalde der Helden nach Fallhalde der Helden für die großen 14 Prozent Tu nicht Evo jetzt noch nicht es wurde verkündet der Vorhang ist gelüftet nichts ist wahr ehe es von den Zweigen Uktrasils gebrochen wurde der schlaufe einfach raus und gib mir die Axt wer greift denn da an ah das sind die engen nach ja Mann voll in die Fresse los reite los und hh 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 ah ah Minja! Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure! Akzeptiere dein Schicksal und stöbe als Feigling vor deinen Leuten! Und ich verschone den Rest! Kämpflister! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort! Nein! Nein, Waren! Nein, Waren! Nimm deine Axt! Nimm deine Axt! Oh Gott! Vollidiot! Ja! Ich sag doch meinen Eltern schon! Und! Ja! Ja! Das war doch so klar! Und... Eis! Angenehm! Da ist der Adler! Nein, Pferd! Nein! Und da kommt ein Wolf! Ja! Das war nett! Der hat auch Pech, der Junge! Der hat einfach nur Pech! Was für ein Wolf! Was für ein Wolf! Ja! Was für ein Wolf! Ja! Was für ein Wolf! Das war doch lebe! Der hat mir voll in den Hals gewissen! Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen, wie du willst. Der Rechte sieht bedrohlich aus. Vielen Dank fürs Zusehen und wie es in der Kampagne weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Schaut da wieder rein und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Schaut da wieder rein und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Schaut da wieder rein und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Schaut da wieder rein und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Schaut da wieder rein und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da.